Herzlich Willkommen zum ersten SoHouse.net Video Log. Wir hatten gestern ein Gewinnspiel und möchten heute die Gewinner bekannt geben. Zu gewinnen gab es tolle Fan-Pakete mit tollen Preisen, dabei Treiber, unter anderem Lollys, Schlüsselangehör, Willi Masken, den Groß-Saucex-Poster und natürlich drei Karten fürs Kino. Aufgrund der zahlreiten Teilnehmer am Gewinnspiel haben wir uns entschlossen alle in einen Topf zu werfen und zu ziehen. Ich lese jetzt einfach mal kurz vor, wer alles gewonnen hat. Der erste Gewinner ist The Only Survivor. Der zweite Gewinner eines Fan-Paketes ist Love Agent Peter Strong. Der dritte Gewinner eines SoH Fan-Paketes ist Markimako. Und der letzte Gewinner eines SoH Fan-Paketes ist Nilsius. Allen Gewinnern wünsche ich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Die Pakete werdet ihr von unserem Sklaven Fischer88 bekommen, denn ihr kennt ihn ja, er sammelt alles zu Hause. Er hat Alles klar? Alles klar? Alles klar? Ja! Ja! Alles klar? Alles klar? Ja! Alles klar? Alles klar? Ja!